Hallo und herzlich willkommen zu BREAK, Ihrem Infomagazin im offenen Kanal der Niggerode. Mein Name ist Alexander Wenzel und das sind die Themen der Woche. Schutz unserer Kinder hat oberste Priorität. Deutscher Gliederpreis 2022 ausgerufen und Flüringsblumen lassen wir Niggerode erstrahlen. Schutz unserer Kinder hat oberste Priorität. Der Deutsche Bundestag hat Verschärfungen im Sexualstrafrecht zum Schutz von Kindern vor sexuellen Missbrauch verabschiedet. Mit dem Gesetz gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern sagt der Rechtsstaat den Missbrauchstätern den Kampf an. Das Gesetz enthält ein ganzes Paket an Maßnahmen zum Schutz von Kindern. Besonders wichtig, der sexuelle Missbrauch wird künftig als das bestraft, was er ist. Ein Verbrechen. Die Konsequenzen für die Täter sind erheblich. Sie werden mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis zu 15 Jahren bestraft. Auch Verbreitung, Besitz und Besitzverschaffung von Kinderpornografie werden künftig im Strafgesetzbuch als Verbrechen eingestuft. Bei besonders schweren Sexualstraftaten gegen Kindern ist künftig ein dauerhafter Eintrag in das erweiterte Führungszeugnis möglich. Täter können dann zum Beispiel nicht mehr in der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendbetreuung arbeiten, um dort in Kontakt zu möglichen neuen Opfern zu kommen. Polizei und Staatsanwaltschaft erhalten mehr Befugnisse zur Verfolgung von Tätern. Ermittler können in Fällen von sexuellen Übergriffen gegen Kinder- und Kinderpornografie künftig leichter Telefon- und Internetüberwachen sowie Online-Durchsuchungen durchführen. Erstmals werden das in Verkehr bringen und der Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild unter Strafe gestellt. Das Gesetz enthält aber auch noch weitere Maßnahmen zum Schutz unserer Kinder. Dazu gehören unter anderem, dass Richter und Staatsanwälte, die mit Missbrauchstaten befasst sind, für diese Fälle besonders qualifiziert sein müssen. Untersuchungshaft kann leichter angeordnet werden und Strafverfahren mit Kindern als Zeugen sollen künftig beschleunigt werden. Deutscher Kita-Preis 2022 ausgerufen Auch 2022 werden das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung erneut den Deutschen Kita-Preis vergeben. Ziel ist es, das Engagement von lokalen Bündnissen für frühe Bildung sichtbar zu machen und zu würdigen. Mitmachen kann jede Einrichtung und jede Initiative, die beispielhaft zeigt, wie Herausforderungen in der frühen Bildung auf lokaler Ebene gemeistert werden können. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 130.000 Euro dotiert und wird in den Kategorien Kita des Jahres sowie lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres verliehen. Interessierte Teams können sich online unter der eingeblendeten Adresse registrieren und direkter mit Beginn die Bewerbungsfragen zu beantworten. Der aktuelle Arbeitsstand lässt sich jederzeit speichern und später ergänzen. Die fertige Bewerbung kann dann in der offiziellen Bewerbungsphase vom 15. Mai bis 15. Juli 2021 eingereicht werden. Frühlingsblumen lassen Wernigerode erstrahlen Pünktlich zum meteorologischen Frühjahrsbeginn haben die Mitarbeiter aus dem Sachgebiet Grünanlagen der Stadt Wernigerode die Frühjahrsbepflanzung abgeschlossen. Insgesamt wurden in den letzten zwei Wochen etwa 12.000 Frühjahrsbooten im Stadtgebiet, auf dem städtischen Friedhof und im Wildpark Christianthal eingesetzt. Die Bäder am Bahnhof und die Pflanzenkübel in der Innenstadt sind fertig bepflanzt und bringen buntes Flair in die Harzstadt. Ein Großteil der innerstädtischen Pflanzenkübel wurde im Winter überholt und präsentiert sich nun frisch bepflanzt in der Innenstadt. Kulturweit engagieren mit dem Freiwilligendienst der UNESCO-Kommission Noch bis zum 3. Mai läuft die Bewerbungsrunde für den Internationalen Freiwilligendienst kulturweit der Deutschen UNESCO-Kommission, der ab März 2022 starten soll. Hier werden von jungen Menschen zwischen 18 und 26 Jahren Projekte der auswärtigen Kultur und Bildungspolitik rund um den Globus realisiert. Interessierte können sich bereits ab 17 Jahren bewerben. Wegen der Corona-Pandemie konnten viele junge Menschen ihren internationalen Freiwilligendienst im letzten Jahr nicht antreten oder mussten früher als geplant nach Hause zurückkehren. Derzeit können die Aktivitäten nur sehr eingeschränkt stattfinden. Die UNESCO-Kommission hofft, in Zukunft wieder mehr kulturweit Freiwillige entsenden zu können. Bewerbungen sind online auf der eingeblendeten Website einzureichen und werden von der UNESCO-Kommission entgegengenommen. Digitaler Girls' Day an der Hochschule Harz Am Girls' Day gewinnen Mädchen Einblicke in Berufsfelder, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Die Hochschule Harz lädt daher Schülerinnen ab der 7. Klasse ein, die Studiengänge des Ingenieurwesens und der Informatik kennenzulernen. In Experimenten können sich die Mädchen den Themen Energiegewinnung oder IT-Security nähern. Der Girls' Day am Fachbereich Automatisierung und Informatik findet am 22. April zwischen 9 und 13 Uhr statt und ist in diesem Jahr ein rein digitales Angebot. Nähere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung sind im Internet unter dem eingeblendeten Link zu finden. Ministerium fördert digitale Schätze Damit künftig noch mehr Menschen die Quedlinburger Stiftskirche St. Zervati und den dort befindlichen Domschatz bewundern können, unterstützt das Wirtschaftsministerium mit rund 61.000 Euro die Erstellung einer Mediathek. Die digitalen Schätze sollen nach den Planungen spätestens Mitte Mai 2021 online gehen und danach sukzessiv erweitert werden. Auf einer Website werden Geschichte und Bedeutung des Quedlinburger Darmstifts und Domschatzes über möglichst barrierearme Videos sowie Hör- und Textwetträge medial erlebbar. Mehrsprachig sowie mit Gebärdendolmetscher, Vorlesefunktion und Untertiteln. Förderanträge für Europawoche 2021 Vom 1. bis zum 9. Mai findet bundesweit die Europawoche 2021 statt. Sie bietet erneut vielen engagierten Vereinen, Einrichtungen und Organisationen in Sachsen-Anhalt einen Rahmen, um europabezogene Veranstaltungen und Projekte zu präsentieren und mit Interessierten über Europa ins Gespräch zu kommen. Im Fokus der Europawoche 2021 in Sachsen-Anhalt sollen unter anderem folgende Themen stehen. Welche Rolle hat die EU und wie sieht ihre Zukunft aus? Europäische Lösungsansätze für globale Herausforderungen, der Europäische Grüne Deal und Sachsen-Anhalt und seine europäischen Partner. Noch bis zum 6. April können Förderanträge für Veranstaltungen und Projekte bei GoEurope, EJBM, Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg, eingereicht werden. Digitale und hybride Formate sind ausdrücklich willkommen. Weitere Informationen erhalten Interessenten unter der eingeblendeten E-Mail und im Internet. IG Bau – Pendler im Kreis Harz Auch in Zeiten von Lockdown und Homeoffice bleibt die Zahl der Pendler im Kreis Harz auf einem hohen Level. Im vergangenen Jahr verließen rund 21.800 Menschen auf dem Weg zur Arbeit die Kreisgrenzen. Darauf macht die IG Bauern Agrarumwelt, kurz IG Bau, aufmerksam. Zu den wesentlichen Ursachen für die anhaltend großen Pendelströme zählt der teure Wohnraum in den Städten. In der Baubranche seien weite Anfahrtswege besonders verbreitet. Es dürfe aber nicht sein, dass Bauarbeiter, die in dem Metropor in Wohnungen bauten, sich diese selbst nicht mehr leisten könnten, so die Gewerkschaft. Sie fordert deshalb mehr Anstrengung bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Beim sozialen Wohnungsbau müssten die staatlichen Fördermittel massiv aufgestockt werden und einmal gebaute Sozialwohnungen dauerhaft preisgebunden bleiben. Dass Menschen in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen können, sei nicht nur eine soziale, sondern auch eine ökologische Frage. Neben mehr Zeit für die Familie, Freunde und Hobbys kann gleichzeitig ein erheblicher Teil der CO2-Emissionen im Verkehrssektor eingespart werden. Nach Angaben der Arbeitsagentur verließen im vergangenen Jahr bundesweit vier von zehn sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf dem Weg der Arbeit zur Arbeit die Grenzen ihrer Stadt oder ihres Landkreises. Damit erreicht die Zahl der Fernpendler trotz Pandemie einen Höchststand von 13 Millionen. Insektenhotels sind bezugsfertig. Im Zuge des Projektes Stadtgrün, artenreich und vielfältig, gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt, wurden an vier Stellen in Wernigerode Insektenhotels aufgestellt. Mitarbeiter der Arbeitsförderungsgesellschaft Harz MbH aus Blankenburg waren für das Anfertigen und Aufstellen der Insektenhotels verantwortlich. Die Kästen bestehen aus Fichtenholz, das mit Leinöl behandelt wurde und haben als Wetterschutz ein Pultdach mit Schindeln. Gefüllt sind die Hotels mit Lehmstein, Porotonstein, Bambus und Schilfrohr mit einem Durchmesser von 5 bis 10 mm. Die Füllung ist mit Vogeldraht gegen Vandalismus oder andere Tiere gesichert. Wernigerodes grüne Lebensqualität neu aufgelegt. Blühwiesen, lebendige Gewässer, naturnahe Stauden und jede Menge Engagement in der Stadt. Auf 28 Seiten zeigt die Broschüre Wernigerodes grüne Lebensqualität, wo und warum die Stadt Wernigerode Wiesen ausblühen lässt, Grünflächen naturnah pflegt und Bürgerinnen und Bürger zum Mit- und Nachmachen animiert. Die Broschüre ist nun aktualisiert und ergänzt worden. Sie berichtet unter anderem über das Engagement von Schulen und Kitas für Insekten, insbesondere für Wild- und Honigbienen. Und sie gibt Tipps, was jeder Einzelne tun kann, um die biologische Vielfalt in Wernigerode zu fördern. Entstanden ist die Broschüre im Rahmen des Projekts Stadtgrün naturnah des Bündnisses Kommunen für biologische Vielfalt, gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Als eine von fünf Pilotkommunen hat Wernigerode an der ersten Runde eines Labeling-Verfahrens im Projekt Stadtgrün naturnah teilgenommen. Dieses Projekt zeichnet Engagement für die biologische Vielfalt bei der Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen aus. Dafür hat die Stadt 2018 das Label Stadtgrün naturnah in Silber erhalten. Verkehrshinweis In Wernigerode kommt es im Baustellenbereich der Friedrichstraße immer wieder zu Beeinträchtigungen. Schwerlasttransporte, die aus Richtung Schürke kommen, basieren dem Bereich entgegen der Einbahnstraßenregelung im Baustellenbereich. Es wird dringend darum gebeten, die Ausschilderung der Umleitung ab Dreiernhurne zu beachten und sie wie beschrieben zu nutzen. Es entstehen ansonsten immer wieder große Gefahren und auch die Bauarbeiten werden beeinträchtigt. Es werden Verkehrskontrollen zur Einhaltung der zulässigen Gesamtmasse von maximal 3,5 Tonnen durchgeführt. Große Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz wird abgesagt. 10.000 Besucherinnen und Besucher lockt es kostümiert am letzten Tag des Aprils eigentlich nach Thale, um die mystische Walpurgisnacht mitzuerleben. Pandemiebedingt kann das Fest aber nicht durchgeführt werden. Mittlerweile das zweite Jahr in Folge muss auch in diesem Jahr die Nacht der Nächte auf dem legendären Hexentanzplatz in Thale abgesagt werden. Die Tickets können bis zur nächsten Walpurgisnacht behalten werden, auch bei einer möglichen Eintrittspreiserhöhung bei der nächsten Walpurgisnacht. Die Eintrittskarten können aber auch in einen Gutschein für eine andere Veranstaltung umgewandelt werden. Zur Walpurgisnacht gehört in Thale seit Jahren auch schon der Walpurgismarkt. Doch auch dieser kann in diesem Jahr ebenso leider nicht stattfinden, so die Veranstalter. Der Impfstoff von AstraZeneca ist in den USA nicht zugelassen, da es im Zulassungsverfahren zu Unstimmigkeiten kam, so dass AstraZeneca dringend um eine Überarbeitung ihrer Studiendaten gebeten werden musste. Der Pharmakonzern hat Daten zur Wirksamkeit seines Coronavirus-Impfstoffes leicht nach unten korrigiert. Von 79 auf 76 Prozent. Andererseits exportieren die USA 2,5 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Firma AstraZeneca an Mexiko und weitere 1,5 Millionen Einheiten nach Kanada. Auch Deutschland verwendet den Impfstoff AstraZeneca. Weiterhin hat die Bundesregierung die EU-Kommission aufgefordert, Verhandlungen über eine gemeinsame europäische Bestellung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V zu führen. Deutschland wolle, dass die Sputnik V-Bestellung wie bei anderen Impfstoffen über das europäische System erfolgen soll. Die EU-Kommission hat im Auftrag der Mitgliedstaaten bisher Verträge mit sechs Herstellern über die Lieferung von insgesamt 2,6 Milliarden Dosen geschlossen. Russland hat seinen Corona-Impfstoff im Sommer vergangenen Jahres zugelassen und bisher in mehr als 50 Ländern eingesetzt. Sputnik V verfügt über eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent gegen das Coronavirus. Die EU-Arzneimittelbehörde, kurz EMA, hat bereits ein sogenanntes rollierendes Verfahren zur Zulassung gestartet. Nach Ostern soll ab 7. April mit Corona-Impfung auch in Hausarztpraxen begonnen werden. Zwei Wochen lang bis zum 18. April wird nur der Impfstoff von BioNTech geimpft. Das war's aus Schmiedermit-Break, Ihrem Infomagazin im offenen Kanal Wernigerode. Ich wünsche Ihnen nun noch eine gute Unterhaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017